Zuletzt hatte ich wieder vermehrt negative Videos zum Thema Dubai mir angeschaut auf YouTube, auf jenen Kanälen, die sich mit dem Thema Auswandern, Steueroptimierung im Ausland etc. befassen. Meiner Meinung nach ist Dubai immer noch ein sehr attraktiver Standort und kann möglicherweise für dich und deine Familie der ideale Plan B Standort sein. Warum das so ist, das werde ich dir in diesem Video erklären. An dieser Stelle möchte ich dich gerne auch nochmal zu unserem Plan B Seminar einladen. Dieses findet am 8. und 9. Juli 2024 in Zürich statt. Unter anderem werden meine Kolleginnen Nazanin und Daniela dort sein, die sich jeden Tag hier mit dem Thema Dubai und Immobilien in Dubai befassen und Mandanten helfen, dort sesshaft zu werden. Es würde mich freuen, wenn auch du beim Plan B Seminar dabei sein kannst. Natürlich geht es noch um viele andere Themen als Dubai. Zweitpässe, Aufenthaltsgenehmigung, Konteneröffnungen, Depoteröffnungen, Wertmetalle, Steueroptimierung, Firmengründung usw. usf. Alles, was also irgendwie mit dem Thema Plan B zu tun hat. Du kannst gerne einen Partner mitbringen. Dieser Partner, Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner kommt kostenlos mit dir zum Event dazu. Alle Informationen zu dem Event findest du hier im ersten Kommentar, der bei diesem Video gepinnt ist. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Nun, ich muss zugeben, ich selbst habe auch einige negative Videos hier zu Dubai schon veröffentlicht. Das insbesondere dann, als Dubai hier die Körperschaftssteuer eingeführt hat. Man müsste korrekterweise sagen, die Vereinigten Arabischen Emirate die Körperschaftssteuer eingeführt haben in Höhe von 9%. Ich denke, das hat grundsätzlich einen Zeitenwechsel hier ausgelöst. Davor war eben Dubai grundsätzlich interessant für jeden, der ein steuerfreies Unternehmen gründen wollte. Mittlerweile muss man eben diese Körperschaftssteuer bezahlen. Für viele war das ein gewisser Vertrauensmissbrauch. Denn tatsächlich wurde ja in den Satzungen vieler Freezones festgelegt, dass man hier für so und so viele Jahrzehnte Steuerfreiheit hat. Viele fühlten sich verarscht von der Regierung. In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Tatsache ist, die Regierung konnte eigentlich relativ wenig machen. Sie waren unter enormem Druck der EU und der OECD. Sie mussten auch von dieser Grey-Liste runter, die doch dort das Business stark eingeschränkt hat. Also ja, natürlich die 9% sind auf jeden Fall nicht schön. Man muss allerdings ganz klar sagen, gerade kleinere Unternehmer, in Anführungszeichen kleinere Unternehmer, sind davon gar nicht zu sehr betroffen. Denn liegt dein Umsatz bei ungefähr umgerechnet weniger als 750.000 Euro im Jahr, musst du die Steuer nicht bezahlen. Und zusätzlich sind ungefähr die ersten 100.000 Euro an Gewinn sowieso steuerfrei. Das heißt, für viele, gerade Freiberufler oder auch kleinere Unternehmen, die dort Beratung machen oder irgendwas anderes, wird es weiterhin keine Steuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten geben. Aber man muss sehen, wie sich das Ganze natürlich entwickelt. Ich höre jetzt auch schon Gerüchte, dass die Steuer auf 15% erhöht werden soll. Wer weiß, was da noch kommen wird. Allerdings haben natürliche Personen, die jetzt dort nicht geschäftlich aktiv sind, aber zum Beispiel Kapitalerträge aus dem Ausland erhalten oder auch dort angestellt sind und ein Gehalt erhalten, nach wie vor keine Steuern zu zahlen. Es gibt nach wie vor keine Einkommenssteuer, keine Kapitalertragssteuer. Auch wenn du zum Beispiel Immobilien kaufst, verkaufst und so weiter und so fort, wird keine Steuer fällig. Das sind natürlich schon mal auf jeden Fall große steuerliche Vorteile für Dubai. Hier muss man natürlich aufpassen, denn es gibt nicht mit sehr vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen. Das DBA mit Deutschland ist ja vor einigen Jahren ausgelaufen. Andere Länder wiederum haben natürlich ein DBA mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber das sind dann Dinge, die man hier anschauen muss. Bekommst du also zum Beispiel Dividenden von einer deutschen GmbH und lebst in Dubai, dann ist das Ganze nicht so interessant, denn dort fällt dir dann Quellensteuer in Deutschland fällig. Hier hast du also keinen Steuervorteil, wenn jetzt diese Dividenden deine einzige Einnahmequelle wären. Dort zahlst du dann 25% plus Soli Steuern in Deutschland auf die Dividenden der deutschen Gesellschaft. Übrigens ist es bei Veräußerungserlösen von deutschen Unternehmen natürlich ganz ähnlich. Hier kann man vielleicht was über eine ausländische Holding machen, aber auch hier ist man natürlich in gewisser Weise eingeschränkt. Auch muss man die erweitert beschränkte Steuerpflicht beachten, die ja möglicherweise gilt, wenn du nach Dubai umziehst, vor allen Dingen dann, wenn du noch Vermögen in Deutschland hast. Das heißt, dort hinzuziehen, eine Briefkastengesellschaft zu gründen, USLC oder irgendwas anderes, würde jetzt nicht funktionieren, denn diese Einkünfte wären in Deutschland weiter steuerpflichtig. Aber dort hinzuziehen, eine Gesellschaft in Dubai zu gründen, die dann vor Ort eine Betriebsstätte hat, die dort ein virtuelles Büro hat, die letztlich lokal Buchhaltung macht, wo du eine Steuererklärung für einreichst, selbst wenn du keine Steuer bezahlst. Das wirkt sich dann auch in Deutschland positiv aus, denn die Einkünfte aus dieser Gesellschaft wären ja keine betriebsstättenlosen Einkünfte im Rahmen der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Somit wären diese also nicht in Deutschland steuerpflichtig, wenn du unter diese Steuer fällst. Gleichzeitig mit der Einführung der Körperschaftssteuer hat Dubai auch definiert, wann man in Dubai als unbeschränkt steuerpflichtig gilt. Wie gesagt, es gibt keine persönliche Steuer, aber sie haben eben definiert, wann man dort Tax Resident ist. Wenn man die Emirates-ID hat, dann musst du dich dort 90 Tage im Jahr aufhalten und dann bist du dort steuerlich ansässig und bekommst dann entsprechend auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, wobei ich nicht weiß, ob die Behörde schon soweit ist, dass sie ein solches ausstellen kann. Jedenfalls steuerlich bist du dann damit in Dubai ansässig. Wenn du also als digitaler Nomade um die Welt ziehen willst, könntest du Dubai oder die VAE sehr gut als Basis verwenden. Dich dort 90 Tage aufhalten, den Rest des Jahres eben entsprechend reisen. Somit also Dubai attraktiv für jene, die hier das Problem der weiter beschränkten Steuerpflicht umgehen oder wenigstens mildern möchten. Doch eine ganz andere Gruppe von Mandanten hat sich hier in den letzten Monaten doch sehr stark für Dubai interessiert und das sind Familien. Ja, das hast du richtig gehört. Familien mit Kindern. Denn ein Vorteil, den Dubai natürlich bietet, als eine große Stadt ist, dass es hier die komplette Infrastruktur hat, die man als Familie benötigt. Angefangen natürlich von ziemlich guten Schulen. Internationale Schulen, deutsche Schulen, englische Schulen und so weiter und so fort. Das ist alles vorhanden. Hier wird mit sehr hoher Qualität unterrichtet. Also wenn du deine Kinder hier auf eine internationale Schule schicken möchtest, dort sind dann natürlich meistens europäische Lehrer, viele aus Großbritannien zum Beispiel, die dann dort unterrichten, dann ist Dubai sicherlich ein ganz interessanter Standort. Auch gibt es dort viele Immobilien in verschiedenen Preisklassen, die für Familien interessant sind. Es gibt viele Freizeitaktivitäten für Kinder. Das Wetter ist natürlich gewöhnungsbedürftig, muss man ganz klar sagen. Auch ist natürlich das Leben dort gewöhnungsbedürftig. Wenn du lieber in einer Kleinstadt lebst, dann ist das natürlich nichts für dich. Aber wenn du eine Großstadt ohnehin gewöhnt bist, deine Kinder eine Großstadt gewöhnt sind und sich das Ganze irgendwo vorstellen können, dieses Großstadtleben, könnte Dubai auf jeden Fall interessant sein. Dort ist es jedenfalls sehr realistisch, mit einer Familie zu leben und die entsprechenden Angebote zu nutzen, die auch eine Familie so braucht. Eine solche Situation findet man in vielen anderen Ländern, die jetzt als steuergünstig bekannt sind, eher nicht. Also irgend so eine kleine Karibikinsel zum Beispiel hat niemals die Infrastruktur, die jetzt zum Beispiel Dubai bieten kann. Daher halte ich also Dubai gerade als Wohnsitzland sehr attraktiv. Natürlich gibt es dort auch potenziell negative Aspekte. Das möchte ich nicht verschweigen. Dort gibt es ein regionales geopolitisches Risiko, keine Frage. Es ist schon komplett eine andere Kultur. Man muss sich da wirklich einstellen drauf. Das wird allerdings immer besser. Auch was allein in den letzten fünf Jahren passiert ist dort, wie sehr sie sich geöffnet haben und wie sehr man auch als jemand aus dem Westen dort einfach sein Leben leben kann, ohne jetzt groß behelligt zu werden, das ist schon sehr erstaunlich. Da werden also Fortschritte gemacht. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich keine Demokratie, das ist ganz klar. Es gibt dort immer noch so die Sorge, dass es alles etwas willkürlich ist. Und man muss natürlich mit diesem Risiko leben können, auch wenn es tatsächlich keinen Grund gibt, sich hier tatsächlich jetzt Sorgen machen zu müssen. Aber eine gewisse Sorge oder Vorsicht ist natürlich immer hier in solchen Situationen geboten. Man kann hier nicht blauäugig durchs Leben gehen, sondern muss ganz realistisch die Risiken abschätzen jenes Landes, wo man hinzieht. Das gilt nicht nur für die kulturelle und die sicherheitspolitische Situation, sondern auch zum Beispiel Dinge wie den Immobilienkauf. Wir hatten vor kurzem mal hier ein Webinar organisiert zum Thema Immobilienkauf in Dubai. Und hier ist man natürlich schon andere gesetzliche Standards und Absicherungen gewöhnt, wie in Deutschland. Hast du in Deutschland zum Beispiel fünf Jahre Gewährleistung durch den Bauträger, gibt es sowas in Dubai nicht. Das macht es natürlich dann umso wichtiger, wenn du dort in Immobilien investierst, den richtigen Bauträger zu identifizieren. Dort gibt es etablierte Bauträger, die gehören der königlichen Familie zum Beispiel. Das ist relativ sicher. Die bauen mit hoher Qualität. Aber wie gesagt, die Antwort auf diese Herausforderung sollte nicht sein, ich kaufe nicht in Dubai, sondern sie sollte eigentlich sein, ich stelle mich auf den lokalen Markt ein. Da wird ja viel gekauft und verkauft. Das ist ein sehr lebendiger, ein sehr dynamischer Markt. Also wenn jeder hier sagen würde, nur was es keine deutsche Gewährleistung gibt, kaufe ich nicht, dann würde letztlich hier gar nichts passieren. Aber es ist ja nicht der Fall. Das heißt, hier musst du dich einfach darauf einstellen. Hier musst du wissen, um was es geht. Hier musst du deine Risiken kennen, deine Risiken abschätzen und dich dann entsprechend verhalten und möglicherweise hier den richtigen Berater haben, der dich auf solche hinweisen kann. Und ich finde eben vor allen Dingen, wenn sich ein Land hier tatsächlich als Plan B-Land unter Beweis gestellt hat und tatsächlich gezeigt hat, dass es dafür geeignet ist, dann sind es die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai. Denn dort sind ja doch in den letzten Jahren seit dem Ukraine-Krieg extrem viele Russen und auch zehntausende Ukrainer hingezogen, haben dort komplett ein neues Leben aufgebaut, haben sich dort komplett Immobilien gekauft oder gemietet. Und das konnte die Stadt alles so absorbieren. Das ist natürlich schon eine ganz enorme Leistung. Natürlich hat das auch negative Konsequenzen zum Teil gehabt. Wir haben ja vorhin über die graue Liste gesprochen, auf der sich die Vereinigten Arabischen Emirate befanden für eine gewisse Zeit. Und dazu war es natürlich vor allen Dingen gekommen, weil so viele Russen nach Dubai gekommen waren und unter ihnen jetzt eben auch Personen, die eigentlich eher unerwünscht wären, nämlich jene, die jetzt hier vielleicht in die organisierte Kriminalität verwickelt sind oder Oligarchen, die aus zwielichtigen Quellen Vermögen haben. Das hat natürlich dazu geführt, dass internationale Organe, wie die Financial Action Task Force gesagt hat, das müssen wir uns jetzt mal näher anschauen, das gefällt uns gar nicht. Und somit hat sich dann hier in gewisser Weise in Dubai die Lage sehr schnell verschärft. Aber wie gesagt, mittlerweile wurden hier Maßnahmen ergriffen. Die Probleme wurden behoben. Dubai ist nicht mehr auf dieser Liste drauf. Aber nochmal, Dubai hat hier effektiv gezeigt, dass es hier als die ultimative Plan B-Destination tatsächlich taugt. All jene Russen und Ukrainer, die hier in Dubai dann einen Plan B etabliert haben, waren natürlich dann sehr froh, denn sie kamen aus dem Land raus. Wenigstens so lange, wie man noch Leute aus dem Land rausgelassen hat. Danach konnten ja vielfach Männer Russland und die Ukraine gar nicht mehr verlassen. Das ist natürlich auch eine Lektion für dich. Man muss das so früh wie möglich machen. Lieber drei Jahre zu früh als fünf Minuten zu spät. Das muss das Motto sein. Und all jene Russen, die da noch aus konnten, die dann letztlich hier dem Krieg, dem Konflikt entfliegen konnten und mit ihren Familien in Sicherheit und Frieden in Dubai leben konnten, die waren sehr froh, dass sie jetzt Dubai zu ihrem Plan A gemacht hatten. Da kann man also einiges draus lernen, auch vom Timing her, auch was das konkret bedeutet. Aber eben auch vor allen Dingen, dass es realistisch ist. Also ein Plan B bringt wirklich was. Und es kann wirklich Situationen geben, unerwartete Situationen, wo du einen solchen Plan B brauchst. Und wir leben in einer Welt, die immer unsicherer wird. Nicht nur aus geopolitischer Sicht, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die hohe Staatsverschuldung, die wir momentan haben, wird ja wahrscheinlich unweigerlich zu einem finanziellen Kollaps irgendwann führen. Auch wenn es so ein temporärer Kollaps ist, in Form einer schweren Wirtschaftskrise. Aber eben immerhin, dann möchtest du eben deinen Plan B haben und in Sicherheit sein. Soweit also meine Einschätzung zu Dubai. Ein sehr interessantes Land für einen Plan B, solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Natürlich, man muss die steuerliche Situation dort jetzt bedenken. Ich denke dennoch, dass Dubai interessant ist. Man muss eben darum herum planen und kann dann dort immer noch sehr effektiv einen Plan B etablieren. Wenn ein Plan B oder der Umzug ins Ausland auch ein Thema für dich sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, die steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Untertitelung des ZDF, 2020